Musik So, hallo, grüßt euch, ich bin's, Nina, eigentlich aus Bayern, aber jetzt im schönen Lungau. Kommt rein, schaut euch auf, fühlt euch wohl. Musik Ja, also, ich habe ein Hotelgewerbe gelernt in Tirol, in einem Sternehotel, bin dann auf viel herumgekommen, auf alles Mögliche ausfühlt, alles, was mich so interessiert hat. Habe auch lange gebraucht, bis ich mal einen Ort gefunden habe, wo ich mich einfach so richtig wohl gefühlt habe, habe ich hier im Lungau in St. Michael dann endlich gefunden. Musik Und ich wollte schon immer irgendwann einmal alles miteinander verbinden, alles, was mich einfach ausmacht. Und das ist die Kunst, die Malerei und halt natürlich auch der Umgang mit Delight und das Gastgewerbe, Hotelgewerbe, das war auch schon immer meins. Und dann sind wir auf dieses Objekt gestoßen, eigentlich durch Zufall. Und ja, und jetzt konnte man endlich alles miteinander vereinen. Ich bin aus Bayern und da bin ich sehr wählerisch und verwöhnt, was Bier angeht. Und natürlich probiert man dann in Österreich einiges durch am Bier und Stiegel ist für mich einfach das Beste. Und vom Kulinarischen her ist was Besonderes, finde ich, einfach die Flammkuchen. Also finden wir jetzt uns, unseres Kunstwerk in St. Michael am Postplatz, gleich bei der Sparkasse, von links hoch zum Postplatz, neben dem Sparen der Post. Und ja, wir freuen uns auf euch. Prost! 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 Untertitelung des ZDF, 2020